einen wunderschönen guten tag nächste strecke f1 2017 mit dabei sind wieder dalu mannus nils hitcher dirty teddy und panther wir haben ein wenig schwund wer fehlt holmes und schu was hat dalu immer gesagt wie heißt chewie komplett titscher grumpy chewie ach ja grumpy man liest den namen auch von voll nach hinten wenn der grumpy zuerst steht dann heißt der grumpy also wir haben auch also ich zumindest habe gar nicht gespielt aber warte mal wie war die taktik hier nie ist noch mal kurz vorher reifen wechseln ich habe eben noch mal wo ich eben die einstellung fürs also ich wollte eben eine halbe stunde oder ich habe eben eine halbe stunde schon mal geübt und wollte muss die einstellung noch mal nachgucken hatte meine folge reingeguckt da hast du auch schon auch ich feier ein rosa auto gesagt also ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr schritt mit und zwei leute rausgefahren bis jetzt nicht oder nicht schnell auf die strecke die strecke hart geübt aber mal anders aber mal anders gefahren also ich kann doch mal reifen wechseln ja okay also ich weiß raus ich übe und dann haue ich neue reifen drauf dann habe ich meine bestzeit rein und dann ist rennen alles klar verstehe so ich fange jetzt wieder mal zum ersten mal ich will dich auch in die box da lag da alles von ich will dich auch in die box da lag da alles von flügel ach so gut lief's habt ihr Kimi auf der straße gesehen der liegt da auch irgendwo ne den hab ich nicht gesehen oh gott ey erst mal die reifen ein bisschen warm dödeln hier bis auf die eine kurve ist die strecke geil ist auch geil gibt eine beschissene kurve die urlaub fahrzeuge wahrscheinlich ich würde sonst ein bisschen abstand halten sonst ich bin das wieder los ach so ich bin völlig alleine hier ich dachte aber du kurz nachdem ich raus bin hast du gesagt jetzt fahr ich raus gesagt kann ja sein dass wir ja gut das kann sein ich gehe mal jetzt auf die fliegende runde es wird wieder eine interessante nummer hier vor allen dingen es ist ja so leichte abend dämmerung oder ich weiß nicht was das rennen ist ja ja ist glaube ich ein nachtrennen fliegende runde wer ist mein teampartner also wir sind alle mit mpc ach so ich darf aber jetzt nicht die schnellste runde fahren oder ich darfst du die schnellste runde fahren aber da muss ich ja die reifen behalten ja aber das musst du doch immer ich würde aber die reifen nochmal wechseln ja und dann musst du auch eine Einführungsrunde und eine runde fahren aber müsste ich die reifen aus der schnellsten runde nehmen ja aber um die schnellste runde zu fahren musst du theoretisch zwei runden fahren ok aber ich will jetzt erstmal noch ein paar runden üben kannst du ja auch und dann will ich die schnellste runde fahren vielleicht erst die schnellste runde fahren dann die reifen wechseln zu üben ja das ist aber schnellste runde da lokal habe ich gehört ja mach das mal ist ja noch keine andere rüber so ändert an der aussage nicht ja das stimmt trotzdem werde ich siebter angezeigt auf den ja das war auch mal so ja weil die leute die noch keine Zeit haben und drüber einzugieren werden ich trottel ich hätte auch mal einmal rüberfahren ja scheiße ich habe vergessen in der schnellen runde über den stich zu fahren und habe mir direkt mal mehr gewonnen muss ich gar nicht die Zeit machen sonst hab ich die dritte das schon wieder das schon wieder du bist gerade die bis lang schnellste runde ja der fährt jetzt leckrad ja der fährt jetzt leckrad ja von Tassatour gestiegen ich habe mir noch ein leckrad gekauft das hinschritt fällt gleich auf im wz komm jetzt gib mir den monitor ich will den eifen ändern waaaaann warum ist das so lange dauern das war echt doof nils ja da war es auch jetzt habe ich nämlich einfach so wenig auf meine Zeit hätte ich nämlich deine gepackt wie lange ist denn noch Wie soll sich mein Frontflügel reparieren? Also wer nicht so verschlechtert ist, der geht doch bitte von der Ideale. Mein Frontflügel hat sich repariert. Okay. Hätte ich das gewusst, wäre ich richtig gefahren. Warum bin ich jetzt so viel schlechter als in den 30 Minuten, die ich eben trainiert habe? Weil du jetzt schalten musst. Nee, hab ich den Uzi eben natürlich auch und ich hatte exakt die selben Settel. Aber wie meinst du das denn, 30 Minuten trainiert? Ich hab 30 Minuten trainiert. Interessant. Ich wär hier gemobbt wegen 15 Minuten. Du hast aber 10 Minuten für 2 Runden gebraucht. Du musst die Box... By Tuning nennt man das. Kriegt noch nix hier. Holy Shit, wie früh der Boxen-Eingang ist. Was ist die bis lang schnellste? Gut gewalt. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Ich konnte man in die Boxe... Boxen-Stop. Ja, wo war das? Auf der Belegbleib auf der Strecke? Da hat die, wie... Die, älte, verrat. Da brauchst du einfach nur Boxen-Stop zu halten. Ach so? auch automatisch rein man kann das sprengt dann über die mauer ich schicke gleich in der box dann kann ich dir sagen jetzt auch bald der box glaube ich wenn ich weiß ja genau jetzt wird schon mit den die reifen noch eingepackt weil das ihre reifen auch werden so von weg ist mir doch egal benutze ich eh nicht noch mal jetzt geht der sprit aus du musst du den nächsten das ist gar nicht wir haben wie lange muss ich den munitor anklotzen bis hier was kommt Kunde. So, ähm. Ja, dann rüss. Rausfahren. Ja. So, Setter. 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 2 Wochen kein Internet. 5. Oh mein Gott. Der Panther hier auch noch der 5 gerade. Warte mal Reifenauswahl. Ich bin der Einzige, der hinten hinten lang fahren wird. Nee, ich hab noch schon ne Gridstrafe. Oh, dann natürlich bitte. Ja, ich hab Kimi voll raus. Warte mal, ob du das so weiter vor mich da hast. Komm an die Box. So, jetzt kommt die schleiste Runde, Baby. Ich werd aktuell auf P13 angezeigt, aber... Echt? Also, ich werd auf jeden Fall Top 10 fahren. Ja, das werd ich nicht. Echt? Oh Gott. Was sagst du über den Zeitdarm? Stimmt gar nicht. Also, muss nicht sein. Momentan. Sag mal deine Zeit bitte. 1.34. Oh, das ist nicht schlecht. Doch, das war mit Rot und Front zu fügel. Oh. Ich versuche jetzt in Top 10 auf Gelb zu fahren. So. So, jetzt bin ich hinter Top 10. Das heißt, ich hab keinen Reifenverschleiß im Hinter. Ja. Oh, jetzt kommen die NPCs grad alle nochmal durch. Naja, jetzt bin ich auf 16 zurück. So, die Reifen nochmal warm lutschen hier auf dem Asphalt und dann fliegen die Rollstatt und auf geht's, ne? 3 Minuten 20. Ja, ja, krieg ich hin. Eine schnelle schaffe ich. 1.29, jawoll. Oh, was? Was? Hä, das geht doch gar nicht. 1.29? Jetzt fliegt unsere beste Runde bei 1.31. Komm mal halt. Was hast denn du hier? 1.31.2. Äh, 1.31.2. Äh, 1.31.8. Droll. Holy shit. Das sind ja Zeiten hier, das ist ja jenseits von gut und böse. Wie kann ich halt nichts nicht nochmal toppen? War mit Nitro, mit illegalen oder was? War geraden den Turbo gezündet. Ja, ich hatte halt, ich hab nicht mehr genug Benzin für die Runde. Glaub ich zumindest, aber ich würd's halt nicht riskieren. Deswegen komm ich jetzt wieder rein. Oh ne, bitte lass mich durch. Jetzt in meiner schnellen Runde ist hier übelster Verkehr, ich glaub's nicht. Fahre mal mit. Fahre mal mit. Fahre mal mit. Fahre mal mit. Fahre mal mit frischen Reifen raus. Fahre mal mit. 8. Die eine Kurve kann man gar nicht nehmen ohne von der Strecke zu kommen. Es geht nicht. Bomberbank. Ich fahre grad ne gute Zeit mit Geld. Ja. Ich fahre grad ne beschissene Zeit. Der hat grad ne beschissene Zeit. Der hat ein großer Bomber unterwegs. Oh, jetzt kommt ne gelbe Zeit. Gib mir was. Scheiße. Jetzt, wo ich meinen schnellsten runterfraße, er ist voll. 1.2 mit Geld. Jetzt ein Ratsstreuen. Okay. Dann kannst du gleich im Rennen länger draußen bleiben. Und am Ende dann Schlussblöcke. Und Dario ist zweitschnellster mit der Höchstgeschwindigkeit. Kann ich noch ne Runde fahren? Wenn ich jetzt drüber gehe? 56 Sekunden. Ja. Kannst du? Mal los. Wir müssen auch auf Kevin Marknusson achten, der jetzt die WM-Fur hat. Wird schwierig da nochmal anzukommen. Ja. Machen Sie? Ja, verdient gewonnen dann letztes Mal. Verdient gewonnen, ja. Ich bin der einzige, der nicht disqualifiziert wurde. Mein Team. Ah, in so einem Team fährst du also. Okay, ob ich nur mit Zugang auf den Rand fuß. Ist eh egal. Meine Zeit nochmal minimal verbessern. Mein Hure hat nichts gemacht. Ja, in Ruhm kannst du vielleicht mal drehen, oder? Ne, ne. Ich wegen Reifen auch nicht mehr. Kann man nur auf Markus Eriksons gucken gerade? Boah! Da bin ich ja nochmal besser gefahren. Da bin ich ja noch besser gefahren. Da bin ich ja noch besser gefahren. Geh aber mal ne Grinchstraße. Da bin ich mit zufrieden. Da bin ich mit zufrieden. Oh Manni zu. In dem Ziel. Ja, ich muss noch ne ganz runde fahren. Kohle, Benzin. Ich glaube ein 8er stand bei mir. Ein 32 oder so. Oh nein, tun wir das nicht. Teddy fährt noch? Ja. Da bringt jetzt noch ne neue Bestzeit. Ich kann keine mehr auf ne schnelle Runde sein. Was denn Blutalo? Ja, ohne Benzin fahren. Man kann keinem mehr zu lol. Ja, wie denn? Da passiert ja nix. Da passiert ja nix. Da könntest du die Folge nehmen jetzt. Vielleicht kriegst du die Aufregung. Vielleicht lass ich meine auch noch ganz, ja. Komm jetzt voll in die Mauer rein. Scheiß drauf. Boah, ist die stark. Ist die stark. Aber das sind die A-Linie. Die A-Linie. Die A-Linie. Boah, die stark. Der zeigt es noch mal ganz langsam. Also dein Benzin ist schon alle, nehme ich an. Ja. Ich bin unsichtbar eigentlich. Nee, irgendwie nicht immer. Also ein paar Mal ist durch mich durchgefahren. Der Motor klick noch einfach. Das ist so viel, ne. Oder? 40 Sekunden mit knapp. Das wird noch mal ne Bestzeit. Ich glaube schneller als Manus bin ich aber, oder? Aber was ist, wenn du es jetzt nicht ins Ziel schaffst? Ich will ich das gar nicht ziehen. Das ist einfach das Ende. Oh! Die Zeit steht ja. Die Zeit steht. Boah, die Kurve war auch wieder stark. Soll mal die Reifen warm machen. Ist die Einführungsrunde, ja? Jetzt warten die Box da. Nein, die Sieblinie ist besser. Box war das in Länge. Das geht schneller. Achso, ja. Hast recht. Ganz gemütlich. Fünfter wäre ich gewesen. Aber das stimmt nicht. Bei mir steht siebter. Ich wäre vierter gewesen. Das wird nicht stimmen. Aber das bin ich nicht. Kommt rein! Die Leute die heute nicht da sind übrigens raus. Das heißt wir sind zwei Leute weniger im Fahrerfeld. Hier kann... Hier kann... Hier kann... Hier kann... Hier kann... Als ich ins Ziel gefahren bin, stand man mit zwölf da. Ja, aber gut, deine Zeit steht ja rein. Das kann halt... Das muss nicht stimmen. Also... Deine Zeit steht ja trotzdem. Ja, also die Zeit die ich gefahren bin stimmt auch. Aber... Also die NPCs waren auf jeden Fall schneller noch. So Manni, Freund von Gyni. Machst du da mal was? Ich mach jetzt hier Feierabend.